Jo Leute! Ja, und herzlich willkommen zu... zu was? Zu... ja, zu einem... zu noch einer Ankündigung. Und zwar... ja, jetzt ist mir wieder das Und eingefallen, was ich bei dem letzten Aufnahmeversuch vergessen hatte. Also, first and... das hört sich irgendwie komisch, irgendwie falsch an. Nein! Ich will sogar Skilljump schaffen. Obwohl, nee, daraus kann man keinen Skilljump mehr machen. Aber daraus hätte man einen machen können. Hallo, warum erwische ich dich nicht? Ach ja, egal. Wow, was war das denn für ein lustiger Sprung? So, ähm... ja, auf jeden Fall! Ich spiele ein bisschen das Super Mario Thing im Hintergrund, was ich nur gesagt habe, für die Leute, die es noch nicht erkannt haben. Ähm... Und zwar... Warum schaffe ich keine Skilljumps? Ach, egal. Und zwar... ja, ich vergesse es. Nein, und zwar... Erstens, ich werde die erste Demo, wahrscheinlich auch die einzigste Demo, von meinem Hack hochladen. Ich habe keine Lust, eine zweite hochzuladen. Ansonsten kommt dann sofort das ganze Spiel, also der ganze Hack. Hm, bringen wir ihn um. Demo. Ja, seht ihr... äh... Nehmt das hier als kleinen Einblick in das neue Let's Play, was dann kommen wird. Ähm... Und ja, mein Hack wird hochgeladen. Und dann wollte ich noch was sagen, und zwar... Ich werde bei Mavos Sommer Hack Contest mitmachen, einfach weil ich es kann. Und ich werde sowieso... äh... vorletzter. Oder... äh... naja, es ist zu gut für mich. Ich werde letzter, eindeutig. Ähm... Ja, ich werde eindeutig letzter. Kann ich das eigentlich nochmal spielen? Ach, schade. Ähm... Ja, wollte ich nur gesagt haben, dass ich da auch mitmache. Und... ähm... Ja, was spiele ich jetzt eigentlich noch so sinnlos rum? Ich will nicht wieder meinen Speicher... Speicher... Speicher Space, jaja. Speicherplatz. Voll speichern. Mit diesem Video. Ja, ich werde es halt auf SMW Central hochladen. Und... ähm... Ja, das kommt halt in die Beschreibung von diesem Video. Und... ähm... Ja. Wir sehen uns dann... Im nächsten... Let's Play. Ups.